den haikopf nicht werden den noch mal noch mal töten kein problem in der haitöter oper pro dieses spiel hat mich und ich hasse dieses spiel warum tut mir dieses spiel das an warum warum ich meine reicht es nicht dass der heiß so arschig ist nein muss noch ein vogel und wildschwein geben erst dann sind wir zufrieden ein blatt kein großes feuer moment kann ich gerade noch gar nicht herstellen ich muss erst noch herausfinden wie ich das große feuer herstellen kann hallo ananas lebensmittel meine damen und herren was ist da jetzt schon wieder wozu platz und wozu es ist jetzt ja hält die ganze zeit was weg und denkst zwischendurch so was soll die scheiße ja ich habe nie wirklich zeit um auf meinem boot zu bleiben ohne dass der elendige heim über ein boot zerstört es frustriert frustriert einfach so sehr so sehr wir kriegen es hin mann ich krieg das schon irgendwie hin nein nicht die ecke nicht die ecke scheiße man wollte noch nicht los wollte noch sachen einsammeln aber du lässt mir gar keine zeit nicht wahr musste die ecke nehmen musste einfach diese ecke nehmen ach du arsch dieses tier ist so ich hasse es ich hasse diesen hai verschwind lass mich in ruhe die wollen einfach nicht dass du hier irgendwie auch nur annähernd vorankommst das ist echt überhaupt nicht ist schlimm ich habe doch schon einiges an futter hier so bisschen riechsen muscheln mal wieder jetzt könnte ich sogar dieses möbennest machen aber im moment stellt sich mir noch die frage was bringt mir dieses möbennest nest was bringt es mir genau ich sehe da für mich einfach irgendwie noch gar keinen sinn dahinter noch sehe ich da einfach keinen sinn naja geht es wieder weiter brauchen wieder blanken und plastik blanken und plastik und jetzt einmal aus und rum warum geht eigentlich der seegang gerade so arg da kommt mir das gerade nur so vor auch wenn wir in der bewegung sind kein nicht so ab ne die geht mehr ab wenn wir an einem ort sind ja 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 Komm her. Komm zu mir. Ich seh dich. Ich glaub nicht, dass ich blöd bin. Mann. Ich war an dir dran. Der Hei kann einen so brutal kirre machen, ne? Schauen wir mal da rüber. Weil der schon wieder ein Fässer auf uns zukommt. Ein sinnloses Paket. Nein, 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 nein. Verdammter Hai. Verdammtes Mistviech. Ich seh wieder nichts mehr. Weil dunkel ist. Alter. Wie daneben einfach. Wie völlig daneben einfach. So, krieg ich dich? Ich höre immer öfters ploppen. Wie ich das anhöre, ich höre immer öfters ploppen. wieder voll daneben. Gut. Wieder Hunger, ne? Oh, wieder. Man muss so viel Hunger haben. Wir kriegen halt echt nicht viel Plastik dazu. Ich wünschte halbwegs, hier würde mit Plastik rumfliegen, ne? Bisschen zumindest. Na, die habe ich halt auch zu spät gesehen, oder? Geht. Ich habe es noch gekriegt, zumindest ein. Vielleicht können wir halt so ein bisschen mehr sammeln im Moment. Wenn ich mich ein bisschen aufs, aufs, ja, darauf konzentriere, die Sachen einzusammeln. Ach. Das Fass erwischt es auch. Das ist ja praktisch. Okay, hier haben wir ein paar Rüben. Die passen hier gerade nicht rein. Aber ich sage ja, so kann man ein bisschen, wenigstens ein bisschen einsammeln. Und können vielleicht auch schneller das Boot vergrößern. Natürlich halt nur in der Hoffnung, dass... Ich brauche halt definitiv mehr Netze. Absolut mehr Netze. Ach, echt jetzt? Shit. Ich bin kaputt gegangen. Ich brauche drei Steine. Dann kann ich Pfeil und Bogen machen. Wer mit dir? Pfeil und Bogen wäre eigentlich gar keine schlechte Idee. Und mehr Sammelnetze. Okay. Pfeil, 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 Pfeil. Pfeil herstellen. Nägel, gut, um Dinge zusammenzuhalten. Ach, nicht doch. Nicht rauswerfen. Was sind wir denn? Also, wenn ich hier mit Absicht was rauswerfen möchte. So, dann kann ich das ein bisschen ausweiten mit dem Einsammeln, ne? Tada! Einfach zwischendurch nur wie Spling macht. Tschum, tschum. Hallo, Fass. Oh, da war Plastik. Gut, gut. Gut, gut. Kann ich Nägel herstellen oder kann ich die nur mit Fässern einsammeln? Das ist gerade die Frage, die ich habe. Eine süße Insel. Aber da scheint nicht viel zu sein. Ein bisschen Holz, aber im Moment sammle ich ganz gut ein. Gut. Bis zum nächsten Mal.